Applaus Applaus Lidl City Frank Römer Lidl Magnus Kitta Gitter Reina Müller Vorbild Christian Kurt Trainer von Lidl Lars Lidl City Herzlich Willkommen an unsere Gäste heute hier bei uns in der Halle in der Schule So, und jetzt kommen wir natürlich zu unseren Jungs der Rode Teufel Herzlichen Glückwunsch Sehr gut Applaus 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 Wiripes Lidl Samsung Applaus Applaus Wir Blase Der Herr Kanzler, der Kanzler ist in Oktober, Kirsten Kanzler. Der Herr Kanzler. Der Herr Kanzler, 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 der Herr Kanzler. Der Herr Kanzler. Der Herr Kanzler, der Herr Kanzler. Herzlich willkommen aus der Schweiz, Janik Binder. Im Kreuzhaus der Schweiz, die 31, Philippe Petulé-Hoch-Schwitz. Mit der Nummer 45, der Arbeitgekammer, hier bei uns von den Frauenhändlern, wir begrüßen Viktor Habersky. Und mit der Nummer 55, unser Serdar Anzak. Enderlings-Coach heute, unser Sascha Gergel. Und der Fistel-Coach, Asa Yubi Ito. Assistiert von unserem Superfilm, Pascal Rinden. Wir haben natürlich auch Ärzte dabei. Dankeschön an Herrn Dr. Florian Freyer. Dankeschön an unser Dr. Benjamin Scherler. Dr. Benjamin Scherler. Dankeschön an unseren Physiotherapeut Ibiti. Und vielen Dank an die Hand und an die Technik des Sanitätshauses. Dankeschön an Carsten Eckert, der heute auch bei uns ist. Herzlichen Dank. Und ja, wir hoffen, dass wir jetzt unsere drei Punkte einfahren. Und das war die Antragsvorstellung. Legen Sie voll vorne. Bitte unterstützt Sie mit einem Applaus. Das ging es, liebe deiner sportlichen Leistung von der Schiedsrichter Thoraz Reinlein. Herrn Aslan Zaleh und Herrn Nandier-Vold.